So und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Furious Let's Plays mit Bizz und heute mit einem besonderen Event und zwar ich werde 101. Und ich habe natürlich auch heute mir Leute dazu geholt, die das mit mir ein bisschen feiern wollen und die mir auch jetzt die letzten 100 Level immer sehr geholfen haben, hier hochzuleveln und zu ranken und mir Zeug gesagt haben, mir was beigebracht haben, bla 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 etc. Wir fangen mal an mit den Ladies und wir fangen an mit A wie Ayumi und die Fastrider. Dann haben wir noch den Jäger, den Adrian und wir haben den Nippen und wir haben den vielfach gerümmten, niemals erreichten und unglaublichen Almo. Hallo Die Begrüßung gefällt mir wirklich, ich möchte mir in Zukunft nur noch so begrüßt sein. Es ist jetzt auch schon der zweite Take-Versuch, deswegen warst du es jetzt schon gewohnt. Ja und die Färbel sind ja gepumpt, natürlich. Das Färbel. So und jetzt hat es uns ja gerade den Test zu sagen, der wird jetzt hoffentlich stabil bleiben, aber das kriegen wir hin. Ja. Und dann starten wir gleich mal ein. Niemals. Yay. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Man merkt, das ist höchst seriös. Ja, ja, ja. Höchste Disziplin. Ja, ja. Es ist versimbeltlicht ungefähr das, was ich so die letzten hundert Levels mit euch durchmachen musste. Moment. Was? Ich war nappel. Ich starb aber schon auch brav. Ich war nie so, ich hab dich immer nur angeschissen, wenn du was falsch gemacht hast. Ich glaube, ab ungefähr jetzt brechen die Leute ab, wenn du so guckst. Bitte, sonst schmeiße ich dich vom TS. Oh, okay. Nein. Der Fairstrader gehört übrigens der Kanal. Also auch hier immer danke, dass wir deinen TS nutzen dürfen. Dieser TS-Kanal, den meine ich. Mein Kanal gehört dir natürlich nicht. Da steht so nicht ein Vertrag. Aber du hast dir deinen Vertrag jetzt endlich durchgelesen. Hast du es gefunden, dass du mir was geben musst dafür. Warum haben die Verträge und ich nicht? Naja, also Almo. Ich wurde schon gestochen. Es tut mir leid. Almo, wir zwei. Wir sind ja Almios oder Furmio oder so. Furimo, genau. Aber Almo ist schon was ganz anderes. Almo ist eine Almo-Mina. Nein, 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 nein. Almo-Mina, doch. Almo-Mina. Gab's da nicht mal... Ajo, hast du nicht irgendwie letztens mal von irgendwelchen komischen Zeichentrickfiguren gesprochen? Moffels oder wie hießen die? Hä? Nippels, Moffels, Nippels. Hä? Die Nippels? Nein. Also jetzt im Zusammenhang mit Almo-Mina würde mir der Popo-Club einfallen. Ernie und Erd. Die Bernie und Erd. Muss man das erklären? Sollte man das jetzt erklären? Du kennst Bernie und Erd. Ja, ja, klar. Bernie und Erd. Ich denke, man sollte es erklären, damit hier keine falschen Gerüchte oder sonst irgendwas auftreten. Nein, wir sagen einfach, alle, die beachtet sind, dürfen es bei YouTuber eingeben. Bernie und Erd. Super. Um vorweg zu sagen, es war eine RTL-Sendung, ja. War das nicht Freitagnacht-News? Ja. Wir hatten wirklich letztens in meinem Freundeskreis die Diskussion darüber. Schlimm ist, ob es jetzt Samstagnacht-News war oder Freitagnacht-News. Schlimm ist, wenn du dann das Original siehst und denkst, das ist doch irgendwas falsch. Gab es mal RTL-Freitag und RTL-Samstagnacht? Nein, es gab eine RTL-Samstagnacht. Freitag war irgendwas anders. Aber dieser Abend, der war sowieso ziemlich komisch, weil wir nämlich dann auch noch über die Sexualität von Spop-Schwammkopf diskutiert haben. Okay, wir brechen in dem Moment ab. Cut, cut, cut. Moment, Leute, Leute. Also, ich habe jetzt noch mal die Aufnahme abgebrochen. Also, das geht so nicht. Ihr könnt nicht hier über Sex reden. Das geht doch so nicht. Es ist doch aber nicht über Sex, sondern über Sexualität. Da ist ein Unterschied. Verdammt, warum geht denn... Die Blümchen lassen wir außen vor. Warum geht denn der Hotkey nicht? Warum geht der Hotkey nicht? Und das Schlimme ist, wir finden da irgendwie kein Match. Das Schöne ist ja, dass das quasi von 1 Minute 42 sich gerne auf Unknown umgesprungen ist. Ja. Nachdem wir schon fast vier Minuten suchen. Aber das ist ja das, womit wir mit diesem Spiel immer rechnen müssen. Das ist ja diese Unvorhersehbarkeit des Spiels. Und das geht ja schon beim Login los. Das muss man den Leuten, die Overwatch nicht kennen, mal bekannt machen. Dass dieses Spiel ja von seiner Unvorhersehbarkeit lebt. Man weiß nicht, wie man zusammenspielt. Man weiß nicht, wie dumm das eigene Team ist. Man weiß nicht, wie dumm das eigene Team ist. Ja. Bist du hier gerade mit uns zusammen? Ich rede nicht. Was? Und dann ist es auch noch Eichenwalde. Für die ist gar nicht so schlecht. Okay, es ist nicht Anamura. Und übrigens, wie dumm das eigene Team ist, natürlich, wenn man random spielt. Jetzt willst du dich kontern. Jetzt willst du dich retten. Könnte mal bitte jemand ein bisschen Team-Schaden aufbauen. Ach Gott. Und defensiv werden auch wieder keine... Wieso spielt keiner von euch einen Torbjörn? Gerade heute, an meinem Ehrentag, spielt keiner Torbjörn. Weil Torbjörn Hacke ist. Mi, 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 mi. Hat den kurz ausgewählt, ja. Aber, aber, jetzt haben wir wieder ein Heal. Nicht wieder vorrennen, ja? Adrian. Lass uns wieder doppelt. Uns fehlt jetzt quasi... Jetzt haben wir ja drei Supporter, was soll denn das jetzt? Ja. Please, Please, can we get two, 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 please? Two, two, two. Was? Ich könnte hier mein, mein, mein... Two, two, two. Two, two, two. Oh, und Almut auf Wieder das neue Diva Skin spazieren fahren. Oh, Nippen, wir brauchen eine Mercy. Wir haben... Wir haben zwei Supports. Ja, aber ich bin... Ich bin eher... Ich bin eher so... So... Nein, ich bin... Nein. Nein. Du bist... Nein, okay. So ist Unbrust Supermercy. Das klappt schon. Wir brauchen unsere Mercy. Oh, das ist ein so schickes Kind. Achso, die haben jetzt noch einen zweiten Gang. Da muss ich auch noch ein Territ Ryan. Sorry. So, hauen wir ihn mal kräftig aufs Maul und dann... Schauen wir mal, was das wird. Na, ihr sagt Bescheid, ne? Bescheid? Wer viel braucht im schönsten Fall. Ja, sie haben einen Reinhardt. Und einen Zenyater, einen McCree und eine Diva. Entschuldigung, der kommt von links. Hier ist eine Farrah am Punkt. Eine Kree von links. Tote Farrah am Punkt. Da kommt der McCree, I see it. Da ist eine Drazer. Kommt er hinten klar? Ja, Drazer ist down. Sehr schön. Ja, Mann, Teleport. Die Diva macht es jetzt aber auch nicht mehr, oder? Nö? Na, sehr schön. Clara ist down. Äh, die heißt Babine. Der Zen hat auch Gute. La, down. Der McCree, glaube ich, lass ihn. Oh, war ja klar, der McCree. Moment, steht das gleich unten. Und zwar jetzt. Sollen wir mal kommen hier? Ja, die hat gemeint, wir haben den Teleporter. Ja. Hier auch. Da stand der Hand so. Auch ein Teleporter. Oh, fuck. Hehehe. Hehehe. Oh, gut. Sehr schön, Ayo. Auch hier. Aber, Jens trink bitte. Sind tot. Was macht denn die Pferde eigentlich, die ganz... Äh, die Pferde, sag ich, die Pharah. Der Pfarrer da oben. Der Pfarrer? Weiß ich nicht. Der Nippen geht wieder amok. Oh, fuck. Nein. Fuck. Wir hatten die jetzt weggeschoben. Ich wollte weg. Oh, hat die gerade ernsthaft ein Teamkling gekriegt? Ja. Nein. Was? Nein. Aber irgendwer hat die jetzt noch irgendwo hingeschoben? Äh, das weiß ich nicht, wer das war. Äh, ich hab das nicht auf der Aufnahme drauf. Nein, nein. Okay. Wee-Line? Nein, 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 nein. Wee-Line. Wee-Line. Ein bisschen hier, wenn es geht. Ich würde dieses Fact dann mal wegholfen. Weghulten. Sind die alle ein Torhüter? Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Nee, nee. bastante. Ganz genau. Ja, aber trotzdem. fiscal. ki-neBro. 1,9 cycle creation. Ge-neWo-End. Wenn dieMe-Tie rein, dann- Entタ instance. Hör schon. Nie memang nicht und 27,119. privaten werden. Gäse in die erzählen. Das liegt nicht so. Oh, das läuft. Ja, wir haben ja ein Supermütiger. Ja. bis zu kommen ich bin da aber es nicht weiter viele Potsdam die das ist ein Punkt aber nicht mehr lang hat es sein jetzt gibt es wieder gut wenn der Almodus gibt es gut mit ein liebter Mann ich bin auch da Prozent nicht verfolgt mit Bibi die war hier ließ und da ist die Bibi denn lässt uns mal wieder unsere Parteidigung und stellen von der der drauf egal ich habe dort mit homony als ich den in der Fall gekillt habe Nordklinik hat ein guter das war die ist die Nussenten in der Karte als ob er ist und er ist zu Matsch es sei denn da auch gerade mit drei Jahren so ein Becker gehen der Untertitel da er hat sich nachzahra das ist heißer drei Minuten das ist nicht Also, Aljo, du weißt verschwunden, ja, wenn wir jetzt da nicht mit einem Sieg rausgehen, darfst du noch nicht ins Bett. Weil dann lass ich von dieser kurz die Punkte wieder zurücksetzen und dann machen wir dir auch mal null. Das hier ist richtig, richtig Folter, ja, hier wird mit Schlafentzug gebroht. Dann kannst du das bitte mal morgen früh meiner Chefin erklären, wenn ich da in der Weiterbildung einschlafe. Dafür sind da Weiterbildungen da. Nein. Außergehend, den gibt es in dieser Weiterbildung in den Bereich, den ich machen möchte. Denke einfach mal ja. Ich glaube, ich wechsle mal den Helden. Ich habe gerade Bock. Senyata ist hier. Aha, der Furi hat Bock. Jäger, wenn du keine Luft mehr auf Mercy hast, würde ich sie dir abnehmen, nachdem ich meine Ult gezündet habe. Ja, ist aber auch gut. Alle sind tot. Ich komme halt gar nicht mehr auf. Ich habe gerade meine Ult gewastet. Da hofft der Reinhardt und die Diva auf einmal ihr Schild in meine Richtung. Ich habe Schmerzen. Ich bin gerade mit Junkfeld unglaublich schlecht. Ja, unsere Mercy, die steht da nur und guckt. Ey, gar nicht. Ja, klar. Nein. Doch. Das ist, das ist, äh, das hat gut. Ah. Also der Reinhardt, der hat's gleich. Jetzt, meinst du? Die Diva auch. Sehr schön. Danke, Mercy. Jetzt hast du dich aber gerettet, ne? Ja. Ich stehe, nicht nur. Aha. Jetzt, wo ich was gesagt habe. Almo, du darfst mich ja übrigens auch jetzt in dieser besonderen Aufnahme immer noch gerne anscheißen, ne? Also das ist, äh, das ist jetzt was, was ich eigentlich gerade vermisse. Das ist deine Beförderungsaufnahme, da bin ich jetzt vor euch. Ach, okay, komm schon. Die Leute sollen richtig wissen, was du so für einer bist. Nein! Ja, die Leute sollen noch wissen, was du für einer bist. Warum spielst du Bestchen? Ich glaube, es geht los. Ja, weil ich das kann. Wer kann Bestchen? Wer kriegt hinter uns fast tot. Ich bin auch fast tot. Das war Ayus Lieblingscharakter mit am Anfang, ja? Sag jetzt das mal nicht. Wer? Ich hasse diese Ult. Hihihi, die andere Färer macht mich, aua. Puste mich doch mal, Adrian, und schlaf nicht. Ich penne doch gerade. Weißt du, wie lange ich das mit mir auch aufgespielt habe? Ja, der Reinhardt hat geultet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Färer verfolgt mich. Bin fast tot. Bin jetzt tot. Sag mir Bescheid, wenn du von der Mercy runter willst. Dann nehme ich sie dir ab. Ja, er sollte vielleicht mal ulten vorher. Komm halt nicht raus. Weißt du, dass du fliegen kannst? Yeah, ulti. Ja, aber ich komme nicht richtig hoch. Ich habe auch ult. Damit hat er nicht gerechnet. Auch hier bitte. Na, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Brauche ich nicht mehr. Wow. Das wird vorne. Ihr seid zu weit vorne. Egal, ich renne da jetzt rein und tu dich mal ult. Das wird Spaß. Ja, dann push die Arjo. Ja, schöni. Ja, schöni. Fair. Was ist denn jetzt los? Das könnte Highlight werden. Ja, gleich mal Sprayen. Unter Umständen. Gleich mal Sprayen. Auf geht's. Warte, noch ein Hallo dahinter. Ja, das ist jetzt schon zu spät. Weiß, aber egal. War trotzdem schön. Macri ist geradeaus, oben. Oh, cool. Kann jemand ein Schild runternehmen? Das ist praktisch. Wenn irgendjemand, äh... ...wirbt dich hervult wieder. May. Diva schläft. Wer schießt denn auf die Diva, wenn die schläft? Hm? Wer denn auf die Diva schießt, wenn die schläft? Oben, oben, oben. Die Schilden, sozusagen. Diva hat's gefangen. Braucht ja Heilung kurz. Braucht nicht. Diva schläft schon wieder. Sehr gut. Und tot. Der Rheini hat sich vorgetraut, den Leute jetzt mal weg. Ich hab gleich Ulti. Oben ist ein Macri, passt auf. Den hab ich nicht weggekriegt. Viel Spaß. So läuft das. Für ne Baby-Diva. Und dann? Jawoll. Sehr schön. So, den hab ich noch gekillt. So, und liebes Publikum, damit ihr auch versteht, was jetzt gerade passiert ist, das passiert immer, wenn ich mit diesen Leuten spiele. Wir gewinnen immer. Was? Ja, das war dieser Teamkill. Und das passiert auch als auch. Fast Teamkill. Ja, aber jetzt guck, was ich mach. Jetzt schau. Die springt raus und ich versuch's, und ich versuch's, und ich versuch's, die wegzudrücken. Du hast sie aber, anstatt es zu schilden und dein Team zu schützen, hast du's in eine Position gedrückt, wo dein Team gekillt ist. Ja, aber hast du gesehen, wo ihr alle seid? Hast du gesehen, wo ihr gerade alle wart? Also ihr wart ja links und rechts hinter mir. Ja, und dann ist ja noch viel wichtiger, dass du dein Schild aufbaust. Na gut. Jetzt gucken wir mal. Und, 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 und. Yeah! Das seht ihr jetzt leider nicht, aber ich seh's. Yeah! 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 Porträt. Genau zehn Minuten. Genau zehn Minuten. Let's starten. Ja, super. Ja, schön. Dankeschön. Herzlichen Lichtstrom. Ich freu' mir. So, und jetzt schenken wir ihn noch rückwärts ein, oder? Natürlich. Die Rückrunde doch. Na gut. Die Rückrunde, da bin ich jetzt noch dabei. Oh, das ist nett von dir, Ayo. So, so bist du. Also lass uns so schnell hinter uns bringen. So bist du, Ayo. Das weiß ich. What is love? Ups, I did it again. So, und für den Angriff will ich natürlich... Nein, meine ich. Äh, Spaß. Hauptspass. Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Was ist denn, der weißen, der Halle? Wie bin ich? Hab nicht verstanden, was Gensius sagt hat. Also hab ich einfach... So, äh, gehen Sie mal runter von meiner Theke hier. Hallo? Und Sie hören Sie mal auf, mein Fass zu wettbehalten. Ich muss Sie mal auf die Toilette. Ja. Hallo? Hallo? Jetzt warte mal. Wenn ihr... Also, wenn ihr was trinken wollt, dann sagt das einfach. Gib mich. Sag mal, Pferd, könntest du bitte nicht dich einfach unter den Zapf anlegen? Geht das? Erzähl nochmal, was du hier zu sagen hast. Geh weg da. Geh runter. Na, geh doch. Au! Meine Theke. Was die Ayo-Tanzer für Theke? Was sagt Mercy eigentlich auf Englisch bei diesem Spruch? Geh weg. Sometimes ist noch irgendwas und dann war's zu leise. Wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach nicht rausgehen? Ah, beschissen. Weil dann verlieren wir. Ach, komm. Wir haben gerade gewonnen. Das muss reichen. So. Jolo. Almosen-Profi. Was zu hell? Kenji oben auf der Brücke? Ja, Kenji. Nee, das ist ein Hansa. Das ist ein Hansa, der mir egal. Echt? Bin ich gerade so? Ja. Das verantworten wir dir gerne. Also ich geht's rein, Jolo. Daria von geradeaus. Nein. Aus dem Uhrengeschäft. Nee, aus dem Musikgeschäft. Bin down. Aber vorher habe ich ihn mit Kriege getötet. Getötet. Ich werde niemals aufgerben. Ha, ich werde niemals aufgerben. Boah, wie mich das da macht hier mit dem Kasper. Wieso seid ihr denn schon wieder da vorn? Also, ich dachte, ich wäre gerade reingelaufen. Eieiei. 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 Das war ein Wund. Jetzt mach ihm Feuer unter Müntern. Aus dem Musikladen kommt ein Junkwet. wie mich die jetzt aufgeregt hat, die Liga. Ich hab gleich Uldi. Alles gleich Uldi? Ja. Oh mein Gott, du hast jetzt gleich Uldi. Dann gibt es Schnitzelfeste. Schnitzelfeste? Was Schnitzel gibt's? Ja, klar. Best. Geh weg, Sariel. Na, feel good. Nein, 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 nein. Au. Der Ivercree hat mich getotet. Die Bobe, schau. Waa! Sariel down. Ich auch. Und ran, die da. Und ran, loslaufen. Mal Contraverse. Sariel, ist gleich hinter dir, Almo. So. Bisschen aufräumen hier. Abhöhlen. Merci down. Was macht das? Was war denn das jetzt? Ja, aber der hat Panik-Uld. Von der Panik-Uld. Vor allem eine Ulti, die hat gar nichts Macht. Ich hatte gerade um Schalt gedrückt, da explodiert die blöde Sau, ich hab ihn doch gehört. Ja ist doch ja nicht schlimm, wir haben die Kraft bekommen, die wir verfolgen. Ja was soll die Waffe denn wieder so, du kannst fliegen, das weiß ich doch. Oh die Phara, äh nicht die Phara, die Diva. Wenn mir das kekst, geht's schon wieder, dass ich mich nicht mehr um Ecken lehnen kann. Ach, hab Ult. Sag Bescheid, Ayo, wenn du nur Ult sind, dann post ich dich. Weitere, gleich nachdem ich. Jetzt! Transportier die Fracht, Beeilung. Und dann heilig ich dich nämlich auch, währenddessen andere stirbst du nicht mehr. Wie wahr. Mir stirbt keiner weg. Mercy? Was, was, was? War das schon okay. Okay. Lass uns die Mercy schnetteln. Mercy down. Ja, ich weiß. Ich auch. Aber ich habe den McCrimadier in Kill getötet. Sehr schön. Kill getötet. Was macht ihr denn da hinten? Also er hat mich getötet, ich habe ihn getötet. Warum bewegt dir keiner die Fracht? Weil mich der Hanzo... Der Hanzo ja, mhm. Der hat sich abfeilt. Adrian. Was denn? Ich hasse den Scatterfeld, mein Hanzo. Darf ich nicht mal sterben? In Frieden. Wo ist denn der Schapsshooter hin? Schön. Ah, Saria. Grüß Gott, ich bin von hinten. Kontakt, mein Name ist Maud. Ah, Furious, Furious von hinten. Weg, Furious, rechts von dir, Furious? Ja, der kriegt jetzt auch noch. So, erledigt. Fiverr kommt wieder. Oh, ich bin gut drauf, halt. Ich bin gut drauf, halt. Ich sehe das schon. So. Ai, 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 ai. Der ist Team... Oh, ein Panikbastion. Guck mal. So, Saria von links. So, das Ding eigentlich sterben? Nein. Wollt nicht sterben muss. Mit Blut. Das hatte ich nicht vor. Ja, was ist denn da? Akashio, Makakashi, ich. Keiner. Jetzt habe ich mich. Oh, mein Achterkisschen ist gerade zu Ende gesungen. War das denn am besten? Sagt er so einer, ich werde geliebt. Sehr schön. Und genau in den besten Seiten. Oh, daneben. Sorry Bastion, sorry. Was machst du denn da? Könnt unsere Messie mal bitte ulten? Die hat gerade geult. Ich weiß, ich weiß. Aber ich dachte, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe auch wieder ult. Nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, komm halt. Wer läufst du denn? So, Albu Zauber doch mal. Genau, also jetzt, jetzt werde deinem Titel... Links, Saria. Damit ich jetzt auch aufnehmen. Und wir alle draufhören, keine Chance. Oh. Oh. Ich würde dieser Hellig bestellen, ja. Oh fuck. Oh fuck. Meine, meine Ui finden, aber der steht nämlich weh. Ich wollte den gerade den Fleck töten. Versteck kaputt? Ja. Ich bin down. Aber ich habe gerade... Ungeberlebt. Ich habe respawned. Der wird falsch. Mh. 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 Ist das alles, was ihr raus habt? Hast du schon wieder Diba? Eieiei. Eieiei. Ich lasse den kaputt. So. Saria low? Okay, ihr kriegt doch jetzt mal die Saria down hier. Hm. Mein Bruder hat mich getfutet. Könnte ich da ein Spiel kriegen, beziehungsweise Powerboost am letzten Mal ne Ulf? Und zwar jetzt. Saria hinter euch. Oh mein Gott. Noch mal. Und... Bestien ist... Stopp! Ich treib den Bestien mal ins Lager zurück hier. So. Dann nervt er euch nicht. Nee. Lagert mich aber, weil er meine Ulf kaputt gemacht hat. Meine ultimative Fähigkeit ist fest. Guck, guck, guck. Hier hat Ulf? Arjo, kündige deine Ulf am besten immer noch mit... Hab ich doch! Dem hier an. Ja, etwas früher. Ach Quatsch. Das war alles Gute. Das war alles Gute. Ja, wenn du vorher jemandem Schaden gegeben hast, sind die danach getötet worden. Kurz nach... Killassist quasi. Oh. Ja, aber trotzdem. Oh. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das war auch einfach geil von hinten, ne? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht hier. Ich hab' das Spiel-Games. Play-of-the-game gemogelt. So, sehr schön Ah, herrlich Das waren zwei sehr, sehr schöne Runden Für uns geht es jetzt nach der Aufnahme noch weiter Die Aju geht jetzt schlafen Das heißt, wir verabschieden jetzt alle Brav, lieb die Aju Danke, dass du dabei warst Wie schon gesagt, ihr findet alle Verrückten hier, die jetzt gerade mit mir das mitgemacht haben Und sonst halt auch immer so schön dabei sind Und mir immer helfen und lieb sind zu mir Findet ihr Natürlich jetzt dann in dem Abspann und in der Videobeschreibung Und so weiter Und ja, dann danke ich euch nochmal Ich mache jetzt noch eine schnelle Lootbox auf Und dann haben wir es für heute Ich verabschiede mich In diesem Sinne, einen schönen Abend Einen guten Tag, was bei euch jetzt gerade immer passt Macht es gut, ciao, ciao Bing Ciao 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 Ciao